Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Vortrag von mir und beziehungsweise einen Crashkurs. Ich werde in der nächsten Stunde euch etwas über LibreOffice erzählen, beziehungsweise den LibreOffice-Writer zeigen, wie man als Ein- und Umsteiger diesen nutzt. Wir werden alles Schritt für Schritt von Anfang an durchgehen. Tatsächlich auch kurz die Installation, das war alle, die aktuellste Version haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne mitmachen, müsst ihr aber nicht. Und ich würde sagen, um gar nicht mehr viel Zeit zu verlieren, würde ich direkt anfangen. Also, ich bin jetzt hier auf der offiziellen Webseite von LibreOffice.org. Das können wir hier einmal herunterladen. Ich hoffe, das ist überall das Gleiche. Ja, herunterladen. Und dann könnt ihr hier einmal euer Betriebssystem auswählen. Also entweder beziehungsweise eure Pakettechnologie, DEB oder RPN. In meinem Fall habe ich hier DEB ausgewählt, habe das hier schon mal heruntergeladen. Und hier unten einmal die Übersätze-Benutz-Oberfläche ist vielleicht auch nicht schlecht. Dann einmal bei Flathub kann man das Ganze auch installieren. Müsste auch so ziemlich die aktuellste Version sein. Genau, 7031. Ja, ich habe das Ganze tatsächlich noch nicht installiert. Ich habe mir die ganzen Dateien heruntergeladen und einmal entpackt. Dann finden wir hier einmal zwei Ordner. Einmal das allgemeine LibreOffice. Das heißt, ich gehe hier mal rein, wähle Rechtsblick aus, wähle im Terminal öffnen aus und gebe mal sudo apt ins... Ne, nicht sudo apt. Sudo dpkg-i und dann ein Sternchen. Für alle Dateien in diesem Ordner würde ich das Ganze installieren. Dann muss ich einmal mein Passwort eingeben und dann macht er das jetzt hier. Das dauert einen Moment. Ja, wenn ihr Fragen während dem Vortrag habt, stellt das gerne. Entweder direkt in den Live-Chat oder auf Mastodon oder Twitter mit dem Hashtag TuxTage2020. Und genau, die werden dann hoffentlich so schnell wie möglich beantwortet. Ja, weil ihr sollt ja auch ein bisschen mitkommen. Ja, währenddessen kann ich euch mal zeigen, wie man Fonts installiert. Dazu kann ich euch beispielsweise Google Fonts empfehlen. Das ist eine relativ große Datenbank von ziemlich bekannten Fonts. Ja, beispielsweise unser Font von den TuxTagen 2020 ist Open Science beispielsweise. Was ich aber noch sehr, sehr gerne nutze, ist beispielsweise Roboto oder Oswald nutze ich ganz gerne noch. Ja, also zum Schreiben ist Roboto eigentlich wirklich eine der besten Schriftarten, die es so gibt. Falls ihr eine Microsoft-Schriftart haben wollt, ist das auch kein Problem unter Linux. Dazu müssen wir aber ein... Und da kommt auch schon die erste Frage von Herr Ahnungslos. Hallo Herr Ahnungslos. Zeigst du noch, äh, zeigst du auch noch, wie man Extensions zum Beispiel zu Terro installiert? Das zeige ich leider nicht. Kenne ich mich persönlich, äh, muss ich leider gestehen, gar nicht aus. Also sagt mir auch gar nichts die Extension. Ähm, tut mir leid. Zeige ich nicht. Also wir gehen erstmal auf das Basische von LibreOffice ein. Das soll für jeden Ein- und Umsteiger sein. Und, äh, genau. Mehr kann ich da leider erstmal noch nicht dazu sagen. Äh, tut mir leid. Ähm, dann habe ich jetzt mal währenddessen im anderen Ordner auch mal die Sprachpakete installiert. Und jetzt ist LibreOffice hier installiert. Schauen wir mal, ob es denn sofort hier verfügbar ist. Und ja, wir haben hier einmal LibreOffice 7.0. Zack. Kann ich hier einfach mal öffnen. Und wir haben hier sogar noch, äh, viele Dokumente. Ich hoffe, hier ist nichts Privates drauf. Das, äh, geht sogar. Das ist tatsächlich alles von den Tux-Tag. Ähm, ja. Ja, und, äh, wir werden uns auf den Writer, äh, fokussieren. Ja, LibreOffice Writer. So. Wunderbar. Und, äh, da wären wir. Das wäre erstmal die Oberfläche. Ich habe gemerkt, ich habe was vergessen. Ich habe eben mit dem Microsoft Fonts angefangen, aber habe das nicht zu Ende erzählt, ne. Das, äh, machen wir ganz mal schnell. Dazu öffne ich den Terminal und gebe sudo apt install und dann müssen wir ein bestimmtes Paket installieren. Einmal ttf-mscore-fonts-installer heißt der so. Da müssen wir gleich einer EUler zustimmen oder Euler. Äh, das, äh, dauert tatsächlich mal ein Momentchen. Bei mir wurde das jetzt sogar schon installiert, beziehungsweise ich habe es schon irgendwann mal installiert. Ähm, ja, kommt ja eigentlich relativ gut durch. Wenn euch das im Terminal zu kompliziert ist, könnt ihr dieses Paket ganz einfach auch in der Softwareverwaltung installieren. Das ist auch gar kein Problem. Funktioniert natürlich nur unter Ubuntu-basierten Systemen. Jetzt genau so. Bei anderen Systemen gibt es das auch. Da ist der Befehl oder das Paket vielleicht etwas anders. So. Und, äh, ja. Das ist jetzt ja einmal LibreOffice, wie es hier kommt. Und, äh, schauen wir uns doch erstmal an, was ist da überhaupt alles drauf. Ja, am Anfang sehen wir hier, hier ist super viel drauf. Ja. Ähm, also einmal natürlich das Einfachste erstmal. Hier ist unsere Seite. Können wir hier scrollen. Ich denke, das ist für jeden klar. Auch haben wir hier oben einmal eine Symbolleiste, die jetzt hier doppelt in dem Fall ist. Können wir einmal, ja, neue Dateien erstellen, Dateien öffnen, Dateien speichern, als PDF exportieren, drucken. Eine Druckansicht haben wir hier und so weiter. Rechtschreibprüfung haben wir hier. Tabellen erstellen, ja, dann bestimmte Formelzeichen, Sonderzeichen hier. Ähm, oder auch, ja, verschiedene andere, ähm, Zeichen. Da kommen wir einfach nochmal gleich zum Sprechen drauf. Dann haben wir hier rechts eine Seitenleiste. Ich muss sagen, ich persönlich arbeite mit dieser sehr, sehr, sehr gerne. Äh, kommt drauf an, wie man das halt eben will. Und hier unten haben wir einmal, ja, nochmal eine Suchleiste, wo man theoretisch irgendwas suchen kann hier. Ähm, und halt eben noch eine Statusleiste. Ähm, da kommt noch eine Frage rein. Und zwar fragt JB, ähm, kann man die geheime Datenübersicht unter LibreOffice unterbinden? Die geheime Datenübersicht steht da. Ja, Datenübersicht. Ich weiß gar nicht, was... Äh, Dateiübersicht. Dateiübersicht. Ach, äh, die, die man, äh, bei dem, äh, LibreOffice Startassistenz sieht. Meint er wahrscheinlich. Äh, tatsächlich, ich hab's selber noch nicht ausprobiert. Geht, äh, sicherlich irgendwie. Aber, ähm, würde ich nochmal am Ende drauf kommen. Ich würde mich jetzt erstmal auf LibreOffice Writer konzentrieren. Da kenne ich mich ein bisschen mehr aus. Sagen wir so, ich bin jetzt nicht der Allwissendste bei LibreOffice. Äh, ich nutze es aber schon, äh, seit, äh, vielen Jahren. Und, äh, ich denke, so die Basics, äh, kriegen wir hin. Vielleicht auch teilweise ins Advanster. Aber, äh, wie ihr gleich sehen werdet, LibreOffice ist so groß einfach. Äh, das, äh, ist schwierig, dann wirklich komplett überall den Überblick zu bekommen. Aber, wenn wir da am Ende Zeit haben, dann schaue ich da gerne nochmal kurz nach. Gut. Äh, das wäre es. Jetzt wäre es erstmal zur Ansicht. Und, äh, jetzt gibt es verschiedene Modi für die Ansicht, ja. Die können wir hier mal einstellen. Wenn wir hier auf Ansicht klicken, können wir einmal auf Binnutzeroberfläche gehen. Und da können wir verschiedene aktivieren. Automatisch haben wir hier die Symbolleisten. Dann kann man hier das Ganze kompakt einstellen. Dann sehen wir, haben wir hier nur noch eine Leiste mit weniger Symbolen. Das ist vielleicht für den Einsteiger gar nicht so schlecht, der überhaupt gar nicht so viel machen will. Der will nur ein bisschen schreiben, will einen Text fett machen, ein paar Listen fertig. Dann reicht es eigentlich für die meisten. Ähm, wenn man aber ein bisschen mehr machen will, ist meiner Ansicht nach Symbolleisten oder Seitenleiste sehr gut. Hier haben wir nochmal Seitenleiste. Das ist das Kompakte hier mit der Seitenleiste nochmal dazu. Ähm, oder, ja. Wie gesagt, man nimmt das volle hier. Aber es gibt auch in Registern. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht für die Leute, die, ähm, Microsoft Word kennen. Und sich da ein bisschen besser wohlfühlen. Dann haben wir hier so eine Sache in Registern. Einmal, ja, Datei, Start einfügen, Layout und so weiter. Ich denke, ihr erkennt es wieder. Und dann ist es ungefähr so sortiert wie, äh, ja, bei der großen kommerziellen Alternative. Hier rechts können wir dann wieder auf Benutzeroberfläche gehen und dann das wieder umwechseln. Auf in Registern kompakt. Gruppiert kompakt gibt es dann auch noch. Na, dann haben wir hier solche Gruppen drin. Kann man machen, wenn man will. Weiß ich jetzt nicht, ob das man unbedingt das braucht. Ähm, und halt eben noch weitere Sachen. Kontext abhängig, kompakt. Könnt ihr euch selber anschauen, wenn ihr wollt. So, Symbolleisten haben wir hier in der Hinsicht. Und, äh, hier rechts haben wir hier auch schon so eine Leisteneinstellungen. Da schaue ich gleich nochmal drauf. Und, äh, ihr könnt hier einmal auf Eigenschaften gehen. Das nutzen wir hier eigentlich am meisten. Ja, das wäre es erstmal zu den Ansichtseinstellungen. Und, äh, dann kommen wir doch mal zu unserem Blatt Papier oder virtuellen Blatt Papier, was wir hier sehen. Das können wir auch noch gut einstellen. Dazu gehe ich rechtsklick auf dieses Papier und, äh, wähle einmal Seitenvorlage aus. Hier können wir einmal Kopfzeile einschalten und so weiter. Das machen wir später. Fußzeile behandeln wir auch später. Die Umrandung kann man definieren. Also, ähm, einmal wie das, ähm, Blatt umrandet sein soll. Also, man kann hier irgendwie so einen schwarzen, äh, so einen schwarzen Rahmen drum ziehen, wenn man will. Kann man hier dann alles einstellen beispielsweise. Kann man hier auch draufklicken. Äh, würde ich jetzt erstmal nicht behandeln. Äh, dann kann man verschiedene Spalten einstellen, wenn man will. Also, wenn man beispielsweise mal so einen Artikel schreiben will, der so in zwei Spalten geht, ähm, kann ich einfach mal anwenden und euch mal zeigen. Dann haben wir jetzt hier zwei Texte. Wenn ich jetzt mal den, ähm, Lorem Ipsum Generator hier öffne. Ähm, Ipsum Generator. Zack. Ja, das ist, äh, wenn ihr mal schnell, äh, äh, Text braucht, dann ist das perfekt. Das ist einfach so ein, äh, sinnfreier Text, der gerne mal bei Examples genutzt wird. Äh, und es war immer noch viel zu wenig. Dann machen wir hier mal 1000 Wörter. Äh, zack, Steuerung C. Und dann machen wir das hier mal. Ah, okay, gut. Ja, wir haben doch noch ein paar Wörter. Und dann sehen wir hier, ähm, wenn ich jetzt hier schreibe, äh, ja, schreibe ich hier quasi runter. Und dann, äh, genau, geht das hier unten dann über zur nächsten, ähm, Spalte. Ja, das kann man noch in verschiedenen anderen Spalten machen, äh, kann man machen, wie man will. Äh, da ist man eigentlich relativ frei. Man kann auch die Anzahl der Spalten einstellen, ja, und Breite und so. Äh, ihr seht, LibreOffice kann sehr, sehr mächtig sein. Einmal Fußnoten können wir noch, äh, verwalten. Werde ich jetzt hier erstmal nicht zeigen. Und, äh, ansonsten können wir noch Folienvorlagen nehmen. Das, äh, werde ich jetzt auch nicht behandeln in der Stunde. Das würde den Vortrag sprengen. Aber Seite ist vielleicht nochmal ganz wichtig, äh, wo ihr einmal das Format einstellen. Könnt, äh, die ist hoch- oder querformat. Oder natürlich auch eine eigene Breite oder Höhe einstellen wollt, wenn ihr wollt. Die Seitenränder sind vielleicht nochmal ganz wichtig. Wir sehen hier links ist tatsächlich so ein großer Rand, ja, der sich natürlich durch die ganze Seite zieht. Schade, dass ich das hier nicht zeigen kann. Hier sieht er nochmal diesen Rand. Den kann man hier nochmal einstellen. Beispielsweise jetzt auf 1 cm überall. Kann man machen, wie man will. Ich lasse es mal. Hintergrund kann man einstellen. Dass man halt einen Hintergrund hat. Transparenz der ganzen Seite. Ähm, und dann wären wir wieder bei Kopfzeile. Ja, das wäre es erstmal dazu. Dann kommen wir zur einfachen Formatierung. Ja, wir haben jetzt hier schön Text geschrieben. Ich denke, soweit, äh, kommt ihr hier noch mit. Einen Moment. Ich tue hier mal die Spalten wieder auf 1 setzen. Anwenden. Zack. Okay. Apropos, ja, ihr seht jetzt so eine Umrandung, ne, hier links und oben, weil ich das vorhin eingestellt habe. Ist natürlich auch unpraktisch. Das werde ich jetzt mal wieder entfernen. Ihr seht, hier habe ich einfach mal hingeklickt. Und dann kann man hier solche, äh, ja, Umrandungen einstellen mit dem Stil und so, ne. Ja, ich werde mal anwenden aus und mache das mal weg. Jetzt haben wir wieder eine ganz normale Seite und ich möchte jetzt eine Überschrift einfügen. Ja, hier nenne ich jetzt einfach mal Lorem Ipsum. So. Gut, Überschrift, fertig. Natürlich kann man damit noch etwas mehr machen. Und zwar kann ich entweder jetzt einmal hier in dieser Seitenleiste, ich arbeite sehr gerne mit dieser Seitenleiste, dann beispielsweise einmal die Schriftgröße hier größer stellen und das Ganze noch fett machen und so weiter. Das kann ich bei jeder Überschrift separat machen. Ist natürlich sehr ineffizient. Aber LibreOffice hat standardmäßig auch ein paar Vorlagen. Dazu werde ich, ja. Da gibt es noch eine Frage von AJ77Beam. Gibt es die Möglichkeit, Eingabefelder zu generieren? Es gibt die Möglichkeit, Eingabefelder zu generieren. Über was meinst du? War das schon die Frage? Und dann andere Stellen des Dokuments wieder zu geben. Ja, gibt es über die Formularfunktion. Das ist tatsächlich eine der einzigen Funktionen, die ich heute nicht zeige. Habe ich selber auch noch nicht mitgearbeitet, muss ich sagen. Das Formular, weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Gibt es auf jeden Fall. Man kann hier verschiedene Textfelder und alles Mögliche einstellen. Da würde ich dann aber, wenn, dann nochmal einen separaten Vortrag zu machen. Ja. Und genau der Linux-Mann sagt, dass LibreOffice einen eigenen Lorem-Y-Generator hat anscheinend. Sicher, sehr gerne. Wahrscheinlich unter Einfügen dann, irgendwo unter Text oder so. Gerne. Hier kann man nochmal ein Textfeld einfügen. Text aus Datei einfügen und so. Kann man hier wahrscheinlich auch generieren. Ja, gerne. Aber ich habe das jetzt erstmal so auf die Schnelle gemacht. Wir haben hier unsere Überschrift. Und wir können auch Vorlagen verwenden. Wenn wir jetzt eine Überschrift nehmen, gehen wir hier auf Vorlage. Und können hier beispielsweise Titel auswählen. Und jetzt haben wir einen Titel der Seite ganz einfach generiert. Kann man hier oben auch ändern. Ihr seht dieses Feld. Und dieses Feld ist gleich. Ich wähle das jetzt mal zur Überschrift 1. Und fertig ist das. Mehr braucht man nicht für die Überschrift. Wenn wir diese Überschrift später anpassen wollen. Wenn wir eine andere Schriftart wollen. Darauf gehe ich gleich ein. Dann kommen wir zu Absätzen. Ihr seht hier. Wenn ich das jetzt hier mal weg mache. Okay, hier sind noch Zeilen dazwischen tatsächlich. Ich habe jetzt hier ganz normale Absätze. Das sieht natürlich schrecklich aus. Mein Ansicht nach reicht das mal bis zu diesem Absatz. Den Rest entferne ich mal. Wir haben jetzt diesen Text hier. Und ich habe eigentlich Absätze gemacht. Seht ihr hier einmal. Aber ich möchte, dass die erstmal sowieso überhaupt ein bisschen Abstand voneinander haben. Da kann ich natürlich hergehen und eine neue Zeile machen. Aber ich kann auch ganz einfach diesen Text hier markieren. Und wir können eine Vorlage wählen. Und die Vorlage für ganz normale Absätze. Vielleicht so wie man am liebsten schreibt. Ist einmal Textkörper. Mache ich jetzt hier einmal. Und jetzt sehen wir. Ja, sieht das Ganze sogar etwas besser aus. Wir haben mehr Abstand zwischen den Zeilen. Und können hier dann auch sehen. Okay, hier ist keine Zeile dazwischen. Wenn ich da hin und her springe, kommen wir direkt auf die Zeile drüber. Aber wir haben halt einfach mehr Absatz. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Einzug zu setzen. Also, dass wir beispielsweise Text weiter rechts haben wollen. Das kann man natürlich einmal mit der Tabulator-Taste sehr ineffizient machen. Aber jeder, der das mal versucht hat, merkt. Okay, gut. Dann muss ich das hier nochmal machen. Und das hier nochmal machen. Und wenn ich jetzt irgendein Wort hier ändere. Dann geht das in der Regel nicht mehr auf, wie ihr seht. Ja, das wollen wir nicht. Deswegen machen wir das mal anders. Da hat LibreOffice auch eine schöne Funktion. Und zwar kann ich hier einmal rechts oben den Einzug vergrößern. Da gibt es so eine Taste oder so einen Button. Den drücke ich hier einmal. Und zack, wurde dieser ganze Absatz einmal nach rechts gerückt. Kann man weitermachen, wenn man will. Oder natürlich auch wieder zurückrücken für die andere Sache. Dann kann man einmal, wenn ich jetzt in einem Absatz eine neue Zeile machen will. Beispielsweise dieser Satz hier. Ja, gut. Der soll noch in diesem Absatz stehen. Aber ich möchte einfach eine neue Zeile machen. Kann ich das auch machen. Wenn ich die Shift-Taste und die Enter-Taste drücke. Also Shift-Enter. Dann mache ich direkt eine neue Zeile daraus. Ähm, genau. Andreas möchte gerne sehen, wie man ein Inhaltsverzeichnis in LibreOffice erstellt. Schaue ich mal, ob ich am Ende da nochmal Zeit für finde. Werden wir so generell. Also es gibt ein Inhaltsverzeichnis-Generator. Wenn wir am Ende Zeit haben, können wir da nochmal reinschauen. Ich möchte jetzt aber erstmal die Basics machen. Okay. Dann haben wir einmal, äh, genau, den, äh, quasi die neue Zeile in diesem Absatz erstellt. Ja. Ansonsten, äh, können wir natürlich einmal nochmal die ganzen Funktionen durchgehen. Ich denke, die sagen euch alle schon mal ein bisschen was. Jeder hat ja gissicher mal mit irgendeinem Texteditor gearbeitet. Beispielsweise kann ich jetzt hier diese zwei Wörter dann einmal kursiv machen, beispielsweise einmal unterstreichen oder natürlich auch fettgedruckt machen. Ich denke, das kennt ihr. Ich kann sie durchstreichen oder sogar einen Schatten hinzufügen, wenn man will, ne. Dann ist da so ein netter Schatten dahinter. Kann man, äh, natürlich machen, wie man will. Äh, dann kann man hier die Schriftgröße vergrößern nochmal. Die kann man natürlich auch hier nochmal einstellen. Da kommen wir aber gleich zu den Vorlagen und, äh, die Schrift, äh, Farbe kann man hier verändern. Äh, man kann quasi so einen Textmarkermodus aktivieren. Wenn ich das hier einfach mal dann drücke, dann sieht das so aus, als wie wenn wir es mit dem Textmarker markiert haben. Ähm, genau. Dann kann ich die direkte Formatierung löschen. Also, wenn ich jetzt hier irgendwas fett gemacht habe, hier irgendwas kursiv und da was unterstrichen und ich möchte einfach alles wieder auf Anfang setzen, markiere ich den Text und wähle diesen Button aus. So, dann verändert sich auch der Einzug, ja, den tut er hier auch wieder entfernen. Passt jetzt in meinem Fall, äh, macht da jetzt in meinem Fall gar nicht so viel Sinn, diesen Einzug hier zu setzen. Dann kann man natürlich auch, ähm, in verschiedenen, äh, Orientierungen oder in verschiedenen, äh, wie heißt das, äh, Ausrichtungen quasi, äh, ja, einstellen. Also, einmal links bündig, einmal in der Mitte alles bündig, ist alles zentriert, einmal rechts oder, was ich sehr, sehr schön finde und was ihr eigentlich am meisten nutzen solltet für solche großen Textdokumente, den Blogsatz. Ja, dann, äh, sieht der Text einfach viel schöner geordneter aus. Ja, genau. Äh, gibt's noch eine Frage oder? Ähm, genau. Also, wenn's passt, meinte Herr Ahnungslos, ähm, kann ich die Adressdaten für einen Serienbrief in Kalk auch so ähnlich einbeziehen? Über, ja, das sind schon sehr spezielle Fragen gerade. Ähm, also man kann, äh, das werde ich euch heute nicht zeigen, dafür reicht die Zeit nicht, äh, in Extras einmal bei den Einstellungen irgendwo, wo sind die bei Einstellungen? Ja, die sind unter Extras, glaub ich, irgendwo, Optionen hier, äh, kann man die eigenen Daten mal einstellen, wenn sich das Fenster öffnet. Hier, genau, ja, hab ich hier irgendwann mal, äh, meine, irgendeine Adresse, glaub ich, reingeschrieben, die hat sogar nicht gestimmt. Äh, braucht ihr gar nicht abfotografieren. Ähm, und genau, da kann man das machen für sich selber und dann, wenn wir später mal auf die Vorlagen schauen, da schauen wir rein, wir erstellen am Ende einen Brief, dann, äh, werden die da auch automatisch sogar schon eingetragen. Das ist eigentlich ganz nett. Ähm, ja, ansonsten, Serienbrief und so weiter kann man auch erstellen. Dann gibt's auch, äh, äh, ja, ich sag mal, paar, äh, ja, Programme, beziehungsweise paar Funktionen, die das dann sehr, sehr einfach dann machen lassen, aber, äh, das, äh, muss man dann wirklich dann tatsächlich genau studieren. Da hilft die Dokumentation von LibreOffice teilweise sehr gut, ja. Ähm, okay, dann geht es weiter einmal, müssen mal ein bisschen vorankommen, ja, wir haben hier Punkt 5 von 18. Das, äh, das ist natürlich belastend, wenn wir nur noch eine halbe Stunde haben. Also, äh, das wäre es erstmal grob zur Formatierung. Äh, wenn ihr wollt, dass ihr einen Absatz länger gestaltet oder beziehungsweise mehr Abstand zwischen einer Zeile haben wollt oder zwischen einem Absatz haben wollt, dann könnt ihr hier einmal in diesem Feld beispielsweise den Absatz erhöhen, ja, mit dem Mausrad einfach, ja, könnt ihr hier auch nochmal separat einstellen. Oder ihr könnt, äh, den Einzug des, äh, ersten, ne, ihr könnt den Einzug vom kompletten Text ändern, hier auch nochmal separat. Gibt es aber hier natürlich diese Taste auch und, äh, genau, den Einzug in der ersten Zeile auch nochmal ändern, wenn man das will. Und, äh, genau, ja, tatsächlich auch den Zeilenabstand, ja, ich glaube, der Abstand ist jetzt auf einem ganz bestimmten Wert. Ich glaube, 1,15 zeile ich jetzt hier bei dieser Vorlage, könnte ich auch nochmal ändern. Dann gibt es auch noch Formatvorlagen, ja, also diese nutzen wir ja quasi schon, die kann man aber auch bearbeiten. Dazu gehe ich einfach hier auf diesen File, wähle Vorlage bearbeiten aus und, äh, dann kann man hier nochmal super viel einstellen, ja. Einmal hier Textfluss beispielsweise oder Einzüge und Abstände, ja, hier kann man den Zeilenabstand einstellen, den Abstand über und unter dem Absatz, was wir hier eingestellt haben eben. Das kann man alles für diese kompletten Textkörper selber einstellen, aber wenn wir auch, äh, die Schriftart verändern wollen, können wir das hier auch machen, beispielsweise wenn wir jetzt alles in Open Sans haben wollen, machen wir das doch einfach mal hier, ich wähle Open Sans aus, äh, Open Sans Light habe ich beispielsweise in dem Fall und kann hier auch die Pixelgröße nochmal verändern und, äh, wähle Anwenden aus und, äh, ja, jetzt seht ihr, hat sich der komplette Text nur durch dieses Ändern dieser Vorlage geändert und, äh, wir haben jetzt vielleicht einen etwas hübscheren Text und, äh, das kann ich jetzt hier auch mit der Überschrift machen, äh, kann ich hier ganz einfach auf Bearbeiten gehen und, äh, dann können wir das für alle Überschriften einstellen, hier will ich beispielsweise jetzt mal Open Sans Bold, müsste eigentlich auch drauf sein, findet er jetzt hier nicht, dann wählen wir hier Open Sans aus und wählen einfach Fett aus und, äh, ja, Größe 130%, bin ich mal gespannt, was er hier macht, ja, passt, ja, jetzt haben wir hier Open Sans Bold und dann das Ganze als Überschrift, ja, und, äh, genau, das kann man mit jeder Formatvorlage so machen und, äh, das ist eigentlich sehr, sehr nett und sehr, sehr schnell und effizient, vor allem, wenn man dann ein sehr, sehr langes Dokument schreibt oder große Dokumente schreibt. Ja, das wäre es dazu gewesen, dann kann man einmal noch Fuß- und Kopfzeilen erstellen, das geht sehr, sehr einfach, indem wir entweder hier über die Seitenvorlage, also rechtsklick auf die Seite, dann Seitenvorlage, einmal das über das Menü aktivieren oder wenn wir hier drüber mit der Maus sind und einmal klicken, können wir hier auch eine Kopfzeile beispielsweise hinzufügen oder hier unten eine Fußzeile. Machen wir doch mal schnell eine Fußzeile, ich klicke hier einfach mal drauf und dann haben wir hier eine Zeile, wo wir, ja, Text eingeben können. Wir können die Zeile auch größer machen, indem ich die Eingabetaste drücke. Man kann ja auch Bilder einfügen in diese Fußzeile und alles Mögliche machen. Ich will jetzt aber ein Seitenbefehl einfügen, das heißt, dann haben wir hier rechts am Ende stehen, ja, Seite von 10 beispielsweise. So, das gebe ich einfach mal ein, Seite und dann wollen wir, dass LibreOffice automatisch erkennt, okay, welche Seite ist denn das hier gerade? Da gibt es relativ einfach so ein Befehl, womit man das einfügen kann. Wir können hier einfügen auswählen. Ich trinke schon einen Moment. So, ich wähle einmal Einfügen aus und wähle einmal Seitennummer aus. Zack, und dann haben wir unsere Seitennummer. Wenn wir hier unten reinschauen, haben wir hier auch schon Seite 2 stehen automatisch. Dann gebe ich einmal eine Leertaste ein, schreibe von und dann kann ich hier direkt die Seitenanzahl einfügen. Das ist auch einfach ein Befehl. Findet man hier nicht direkt. Wir können unter Feldbefehl hier einmal die Seitenanzahl einfügen. Ihr seht, man kann hier ein Datum einfügen, Titel, Autor, Thema und noch viel, viel weitere Feldbefehle, womit man das automatisch eigentlich ganz gut erstellen kann. Ich wähle in dem Fall einmal Seitenanzahl aus und dann sehen wir, okay, Seite 1 und 2. Das Ganze ist noch auf der falschen Seite. Das ändern wir mal schnell, indem wir hier auf Absatz auf rechtsbündig wählen. Und ihr seht, Fußzeile hat auch nochmal einen eigenen Stil. Ich möchte das ungefähr in diesem Stil. Das heißt, ich wähle hier Fußzeile. Entschuldigung. Ich wähle einmal Fußzeile aus und wähle Vorlage bearbeiten aus. Und wähle jetzt hier beispielsweise einfach mal Open Sans Light brauchen wir hier einmal mit vielleicht einer Schriftgröße von 11. Wähle ich OK aus, anwenden, OK. Und dann ist das hier in dem Stil, wie ich es haben möchte. Genau. So einfach ist es, Fußzeilen hinzuzufügen. Wenn man will, kann man dann auch noch so eine Linie hier einfügen. Und hast du nicht gesehen, lasse ich jetzt aber erstmal. Ja, das wäre es zur Kopf- und Suchzeile. Nochmal zum Textbearbeiten allgemein. Wenn man jetzt beispielsweise ein Wort immer falsch geschrieben hat, kann man das relativ einfach suchen und wieder einfügen oder beispielsweise ersetzen. Das kannte tatsächlich jemand aus meiner Jahrgangsstufe oder aus meinem Studiengang besser gesagt nicht. Was mich sehr verwundert hat. Deswegen einfach nochmal ganz kurz hier der Hint. Also wenn ihr hier jetzt ein Wort habt, könnt ihr hier auf Suchen und Ersetzen gehen oder STRG-ALT-F. Und könnt hier nach dem Wort suchen. Oder wenn es markiert ist, übernimmt er das automatisch. Und beispielsweise in ein anderes Wort verwandeln. Ja, könnt ihr entweder erstmal alle suchen. Dann werden, glaube ich, alle auch angezeigt. Ihr könnt den Vorhängen, den nächsten suchen. Eins ersetzen, das gerade aktuelle. Oder alle ersetzen. Ich ersetze jetzt einfach mal alle. Genau. Das wäre es dazu. Dann kommen wir doch zu Bildern. Dazu brauchen wir einfach mal schnell ein nettes Bild. Ich schnappe mir einfach mal das Bild. So, kopieren. Und das möchte ich jetzt einfügen. Und ich möchte es jetzt einfach mal genau hier einfügen. Ich habe das jetzt einfach mal kopiert mit STRG-C. Und kann das hier ganz einfach mit STRG-V einfügen. So, jetzt seht ihr. Ich habe das überhaupt irgendwo anders ausgewählt. Und ich möchte, dass das überhaupt irgendwo anders ist. Das ist blöd, wie LibreOffice das macht. Das heißt, ich kann ja erstmal die Verankerung auswählen. Ich kann einmal die Verankerung am Zeichen auswählen. Das ist automatisch. Die Verankerung bezeichnet quasi der Punkt, woran sich die Grafik orientiert, wo sie am besten in LibreOffice ist. Also, wenn man an der Seite sagt, dann ist es egal, wo jetzt, ob wir Text verändern oder nicht. Dann wird sich das Bild immer nur an dieser Seite orientieren. Und immer, egal, ob wir jetzt Text hier nach unten schieben, es wird immer an der gleichen Position sein. Wenn wir das jetzt beispielsweise aber an den Absatz hängen, dazu wähle ich die Grafike aus, wähle hier den Anker aus und wähle am Absatz aus. Und beispielsweise jetzt das mal da einfüge, wo ich das möchte. Machen wir einfach mal hier rein. Zack. Dann, ja, ist das jetzt hier zwischen dem und dem Absatz. Und wenn ich jetzt hier irgendwas natürlich Neues einfügen will, dann geht die Grafik so mit dem Text, wie wir es uns wahrscheinlich vorstellen. So, jetzt haben wir hier einmal eine schöne Grafik eingefügt. Und jetzt kann man aber auch noch einstellen, wie das mit dem Text läuft. So ist jetzt erst mal der Text, hört quasi hier auf und fängt nach dem Bild wieder an. Man kann aber auch hier verschiedene andere Modi einstellen. Das können wir hier in diesem Texteinzug machen. Man kann einmal hier den Keinumlauf einstellen. Das ist so, wie wir es hier gerade sehen. Also auch wenn ich das Bild jetzt kleiner machen würde, das ziehe ich hier einfach unten klein. Ich denke, das ist selbstverständlich. Auch ihr seht, ja, wenn daneben noch links und rechts ein super Text passen würde, es wird einfach freigelassen, weil wir sagen, okay, wir wollen keinen Textumlauf während dem Bild. Dann können wir das einmal einen Parallelenumlauf machen. Dann seht ihr, geht das quasi hier durch. Wir können einen automatischen Umlauf machen. Dann tut LibreOffice irgendwas selber ausfällen, was es für am besten hält. Wir können einen linkseitigen Umlauf machen. Dann geht der Text hier links und wir können es beispielsweise so hinsetzen. Wir könnten einen rechtsseitigen Umlauf machen. Dann würde der Text auf der rechten Seite erscheinen, wenn wir das ein bisschen weiter nach unten oder ein bisschen weiter nach links ziehen. Oder wir können sagen, es soll komplett durchlaufen und das Bild nicht beachten. Dann ist quasi der Text unter dem Bild, wenn man so will. Ich wähle jetzt einfach mal, wir wollen den Umlauf links haben. Ich tue das Bild hier einfach mal einfügen. Das passt für mich ganz gut. Aber jetzt sehen wir, der Text endet genau dort, wo eigentlich das Bild anfängt. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Das kann man natürlich ändern. Dazu wähle ich Rechtsklick aus und wähle Eigenschaften aus. Und dann, ihr seht wieder super, super viele Sachen und ich glaube, man braucht ein halbes Studium, um da alles wirklich zu verstehen. Manchmal wiederholen sie schon Einstellungen, das ist schon ganz klar. Sie kann beispielsweise den Drehwinkel einstellen und alles Mögliche zuschneiden. Das kann ich euch auch nochmal gleich zeigen. Aber auch die Umrandung, glaube ich. Ist es die Umrandung? Es müsste die Umrandung sein. Und zwar der Innenabstand, wenn ich mich nicht irre. Also, wenn ich jetzt hier einmal 0,1 Zentimeter eingebe und OK auswähle. Nein, das ist tatsächlich das Falsche. So möchte ich das nicht. Ich muss da gerade mal selber ganz kurz schauen. Wir haben einmal Umlauf. Umlauf heißt es. Hier unter Umlauf können wir einen Abstand einstellen von dem Text. Dass der Text einfach einen gewissen Abstand zum Bild halten soll. So wie wir es haben wollen, dass es nicht direkt mit dem Text aufschließt. Das können wir machen, indem wir hier den Abstand auswählen und hier beispielsweise mal auf der linken Seite 0,1 Zentimeter auswählen. Ich wähle OK aus. Und jetzt seht ihr, wurde der Text hier so ein bisschen von dem Bild weggeschoben. Für mich ist das noch ein bisschen wenig. Ich wähle hier einfach mal 0,2 Zentimeter aus. Genau. Und wir haben immer noch einen schönen Blocksatz und das Ganze sieht sehr nett aus. Dann können wir am Ende das Bild noch zuschneiden. Dazu wähle ich hier Rechtsklick aus, wähle einmal Zuschneiden aus und kann jetzt hier einfach durch das Ziehen beispielsweise das Bild einfach ein bisschen kleiner machen. Wähle ich jetzt einfach mal so aus. Ich klicke hier einfach mal irgendwo anders hin. Dann ist dieses Zuschneiden, dieser Zuschneiden-Modus entfernt. Obziehungsweise fertig. Und wir können das Bild hier einfach dann mal an die Seite schieben. So, machen wir das Ganze mal so. Wenn ihr jetzt seht, okay, das ist zwar jetzt ganz nett, aber ja, wie tue ich das Bild jetzt perfekt quasi an unseren Druckbereich anpassen? Dazu gibt es diese Icons hier. Ja, wir können es erstmal ganz nach vorne schieben, heißt das. Also ganz nach oben eigentlich. Wir können es nach vorne schieben, nach hinten. Nein, ich glaube, das war sogar das Falsche, was ich euch zeigen wollte. Verzeihung ist es von der Ebene her. Das ist was anderes. Ich meinte hier die Ausrichtung hier unten. Ja, wir können einmal das Bild einmal an die rechte Seite packen, dass es mit der rechten Seite gut abschließt. Dann wähle ich das einmal aus und ihr seht dann, okay, das Bild schließt hier mit der rechten Seite ab. Dann können wir hier einfach nochmal das von der Verankerung her schauen, ob wir, inwiefern wir das abschließen wollen. Wir wollen das natürlich von der Verankerung hier, wenn wir hier eine imaginäre Linie ziehen, nach oben abschließen. Das heißt, ich wähle hier nach oben aus und dann seht ihr, hat sich die Position noch mal ein bisschen verändert und das Bild ist jetzt super im Text eingeblendet. Und jetzt seht ihr hier auch nochmal ein Artefakt, weil wir hier den Blocksatz ausgewählt haben, ist hier der Abstand des Textes viel zu groß. Das kann ich einfach verhindern oder ändern, indem ich jetzt hier einfach quasi eine neue Zeile mache, also mit Shift-Eingabe-Taste das tatsächlich davor mache. Das ist tatsächlich sehr spannend, dass er das hier rein macht. Kann man das nicht noch anders machen? Was man auf jeden Fall machen, eigentlich müsste das so funktionieren, wenn ich mir nicht irre. ansonsten macht das einfach mal mit der Leertaste, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch anders ging. Das muss ich, glaube ich, tatsächlich passen. Eigentlich müsste das mit einer neuen Zeile gehen. Ja, genau. Und dann müsste das eigentlich hier ganz schön gemacht haben. Nee, warte mal. Ich glaube, Lorem Y-Dolosid-Amed ist schon direkt ein neuer Absatz. Nee, ist er nicht. Gut. Okay. Dann haben wir soweit die Bilder. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit, beziehungsweise etwas weniger als 20 Minuten. Dann schaue ich doch mal, wie wir das machen. Ich würde mal ganz kurz die Diagramme vorstellen in einer Minute. Dann einmal Formeln noch machen. Dann einmal einfache Tabellen. Und genau, die Fußnoten. Und mal schauen, wie weit wir noch kommen. Das wäre es jetzt erst mal ganz grob zur Textverarbeitung und der Einpassung von Bildern. Gibt es denn da noch Fragen soweit? Dann können wir die jetzt gerne klären, wenn jemand noch mal was gezeigt haben will oder so. Genau. AJ77 Beam fragt, kann im Writer ob da eben in den Tabellen im Writer auch gerechnet werden kann. Ja, da kommen wir drauf. Weißt du was? Dann mache ich die Tabellen mal ein bisschen zuvor. Ich zeige euch ganz, ganz kurz die Diagramme. Es ist tatsächlich echt eine sehr, sehr schöne Sache. Man kann hier automatisch Diagramme erstellen lassen. Ich habe dazu jetzt ganz einfach meinen Textcursor einfach mal hier in diese Region gestellt und hier auf Diagrammeinfügen gegangen. Ansonsten könnt ihr das auch über Einfügen machen. So. Ich wähle mal das Diagramm hier aus. Wir machen einen Doppelklick drauf. Dann sind wir im Diagramm Bearbeitungsmodus. Und dann kann man einmal den Modus des Diagramms umstellen. Das kann man hier einmal Rechtsklick mit Diagramm Typ machen. Und hier gibt es alles mögliche. Balkendiagramm, Kreisdiagramm, Flächendiagramm, Liniendiagramm. Alles mögliche beispielsweise. Ja, seht ihr hier. Kann man alles schön dann auch darstellen, wie man will. Dann kann man einmal die Datentabelle bearbeiten. Also hier einmal die Werte. Die Tabelle passt sich da automatisch an. Und man kann hier Spalten hinzufügen, Zeilen hinzufügen. Also Werte und so weiter. Alles mögliche. Das geht. Und man kann auch die Beschriftung ändern. Dann, das macht man einmal mit. Einen Moment. Hier einmal unter Legende, wenn ich mich irre. Nein, Legende war es nicht. Das war Titel. Und hier kann man einen Titel eingeben, die X-Achse beschriften, die Y-Achse. Und genau, von den sekundären Achsen jeweils auch. Genau. Und das wäre es soweit gewesen zu den Diagrammen. Schaut euch das mal an. Das Tool ist sehr, sehr mächtig. Und habe ich auch in meiner Seminararbeit verwendet. Dann wären das zu den Diagrammen. Formeln komme ich gleich dazu. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt in die Tabellen ein. Das werdet ihr wahrscheinlich häufiger machen. Wir können hier einmal eine Tabelle einfügen. und direkt die Größe wählen. Also die Anzahl der Felder. Also beispielsweise, jetzt haben wir hier einmal 1. Wir können aber auch sagen, eine Tabelle mit einer Zeile und 7 Spalten. Oder eine Tabelle mit einmal 7 Spalten und 10 Zeilen beispielsweise. Ich wähle jetzt hier einfach mal eine 4x3-Tabelle aus. Und dann fügt er hier automatisch so eine Tabelle ein. So, und jetzt kann ich hier erst mal Spalten hinzufügen und Spalten löschen, wenn ich das will. Das heißt, hier unten haben wir jetzt eine neue Leiste, womit wir die Tabelle bearbeiten können. Wir können neue Zeilen hinzufügen. Wir können neue Spalten hinzufügen. Wir können Spalten oder Zeilen löschen, wo wir halt eben unseren Textcursor gerade drin haben. und wenn ihr seht, okay, ja, die Zeilen und Spalten sind, oder wie weiß ich, die Spalten in dem Fall sind nicht mehr gleich breit, dann wähle ich die ganze Tabelle aus, wähle Rechtsklick aus und wähle einmal. Wo finde ich das nochmal? Tabelleneigenschaften wahrscheinlich. Spalten. Genau, Tabellenbreite gleichmäßig anpassen. Gibt es hier nochmal eine Option. Verzeihung. Müsste es eigentlich hier irgendwo geben. Größe. Genau, Größe. Und dann Spalten gleichmäßig verteilen. So, zack. Und jetzt habt ihr die Spalten wieder gleichmäßig gemacht. Dann haben wir das einmal. Und jetzt könnt ihr auch gerne irgendwelche Hintergrundfarben ändern. Beispielsweise, wenn wir mal jetzt hier die Überschrift machen wollen, können wir die jetzt hier in einer anderen Zellenfarbe machen. Wenn ich jetzt hier auf diesen Pfeil klicke, dann kann ich beispielsweise das noch in so einem schönen Grauton machen. Mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Kann ich dann beispielsweise hier unten auch nochmal machen. Aber beispielsweise in meinem Fall passt das jetzt. Dann haben wir hier eine Überschrift und verschiedene einzelne Zeilen. Ich könnte das Ganze aber auch etwas dunkler machen. Das machen wir einfach, wo war das nochmal? Hier einmal. Und ich mache das ein bisschen dunkler. Beispielsweise mal auf hellgrau 3. Und ich möchte die Zeilen voneinander abheben. Dann kann ich beispielsweise jetzt hier einmal so eine Zeile markieren. Und einmal dieses hellgrau 1 beispielsweise hier einfügen. Und jetzt haben wir hier natürlich eine unterschiedliche Farbe. Und jetzt kann ich einmal diese beiden Zeilen hier kopieren. Ich markiere die beiden. Ich wähle STRG C aus. Und wähle hier nochmal STRG V aus eigentlich. Eigentlich müsste das mit kopieren. Macht er das? Macht er irgendwie gerade nicht. Warum weiß ich nicht? Weil wahrscheinlich kein Text drinnen ist. Das heißt, in dem Fall bleibt euch nichts anderes übrig. Einfach mal vielleicht kurz jede Zeile zu markieren. und diese dann einzufärben. Das geht in der Regel eigentlich relativ schnell. Ansonsten gibt es auch noch automatische Modi. Da möchte ich auch nicht zu viel drauf eingehen. Autoformat. Da kann man hier beispielsweise schon verschiedene Modi hier einstellen, die es hier schon vorgefertigt gibt. Ich muss sagen, ich selber kann mit denen eher nicht so viel anfangen. Aber beispielsweise einfache Zeilen. Das hier ungefähr genau das Ding, was wir hier gerade versuchen nachzubilden. Kann ich auch mal auf OK klicken. Und dann hat er das hier auch automatisch schon vorformatiert. Möchte ich in meinem Fall jetzt aber nicht. Von daher lasse ich das mal so. Und genau. Die Umrandung haben wir. Die Umrandung haben wir noch nicht gemacht. Wir können hier einmal. Also wenn wir das Ganze jetzt in die Druckansicht geben würden. Können wir hier einmal machen. Und es ist anschauen. Haben wir hier eine Umrandung. Die sieht vielleicht manchmal nicht so schön aus. Vor allem brauchen wir die Umrandung jetzt bei unserer Tabelle hier bei den Querspalten auf jeden Fall nicht. Ich möchte nur die Umrandung bei den Spalten selber und nicht bei den Zeilen, wenn man so will. Das heißt, ich gehe in die Tabelle und wähle die ganze Tabelle aus. Ich wähle Tabelleneigenschaften aus. Beziehungsweise zuvor. Entferne ich erstmal die ganze Umrandung. Das kann ich einmal hier unter diesem Button machen. Ich wähle diesen Pfeil aus. Und wähle dieses erste linke obere Icon aus. Zack. Jetzt haben wir gar keine Umrandung mehr. Wir können aber beispielsweise die Umrandung hier auch in vorgefertigte Modi ändern. Beispielsweise in einzelnen Zeilen. Aber genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich solche Spalten quasi. Da gibt es hier leider keinen richtigen Modus dazu. Das müssen wir gleich selber manuell machen. Ihr könnt beispielsweise wieder komplett überall die Umrandung aktivieren. Und ja, beispielsweise nur auf der linken Seite oder so. Aber ihr seht, wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke, ändert sich hier nicht mehr viel. Wenn ihr die Umrandung zurücksetzen wollt, macht ihr das auf diesen hier. Und dann könnt ihr hier beispielsweise einen anderen Modus eingeben. Ich lösche hier mal die ganze Umrandung. Wähle Rechtsklick auf die Tabelle auf. Wähle Tabelleneigenschaften aus. Und wähle einmal Umrandung aus. Und hier haben wir wieder diesen Editor, wie wir ihn vorhin bei diesem Seitenrahmen hatten. Und hier kann ich jetzt einstellen, okay, ich will hier bei jeder Zeile, nee, bei jeder Spalte so. Jetzt mache ich es selber falsch. Bei jeder Spalte einmal so eine Umrandung. So, zack. Einfach so lange draufklicken, bis es wieder weiß geworden ist. Und genau, das brauchen wir auch nicht. Zack. Und so. Genau, so möchte ich das haben insgesamt. Ich wähle OK aus. Man kann hier nochmal die Linie ändern, die Farbe und die Breite. Lassen wir es in dem Fall so. Und jetzt haben wir hier eine Tabelle, wobei die Spalten hier einmal, ja, schön nochmal markiert haben mit so einer Umrandung. Dann können wir einmal hier beispielsweise Überschriften setzen. Beispielsweise, wir machen jetzt einfach mal Produktname. Dann beispielsweise Abteilung. Dann beispielsweise, weiß ich nicht, Stückzahl. Und dann irgendwie Preis und so weiter irgendwas. Ich habe jetzt einfach mal eine Tabelle gemacht. Das wähle ich jetzt, daraus mache ich einfach mal eine Überschrift. Dazu wähle ich einmal hier Fett aus. Und dann, ja, haben wir das Ganze vielleicht schon ein bisschen abgehoben von dem anderen. Ich kann das Ganze auch einmal mittig zentrieren. Üps, weil sie zentrieren. Und jetzt haben wir hier tatsächlich schon den Fall, dass es eigentlich ganz hübsch schon aussieht. Meistens ist aber die Tabelle gar nicht so hübsch. Und zwar, dieser Text hier ist ziemlich eingepresst in diese Zelle normalerweise. Das kann man einstellen. Ich wähle Eigenschaften auf die Tabelle aus. Dann kann man einmal auf Innenabstand gehen. Genau. Und wenn ich den Innenabstand hier auf 0,0 cm setze, dann sehen wir, ist die Tabelle viel, viel kleiner geworden. Und das sieht einfach nicht mehr halb so schön aus. Sieht einfach viel zu klein aus und passt nicht zusammen. Dann kann man hier eben diesen Innenabstand hier vergrößern. Und dann sieht das einfach viel, viel hübscher aus. So, dann hätten wir das einmal. Dann lasse ich mal in einen schlauen Zettel schauen. Jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. Ich möchte jetzt beispielsweise hier verschiedene Preise eintragen. Beispielsweise 25 Euro, 36 Euro, keine Ahnung, 18 Euro und 12 Euro. Jetzt könnte ich hier natürlich hingehen und dann mit dem Euro-Zeichen das immer vervollständigen. Ist aber nicht schön. LibreOffice bringt auch automatisch einen Währungsmodus mit. Dazu klicke ich einfach auf Zahlen, Formate, Währung. Und wir haben hier automatisch schon jetzt Euro hier dastehen. Und er behandelt das jetzt wirklich wie Euro. Und jetzt kommen wir zur Frage, zur Zuschauerfrage. Wie kann ich denn das Ganze zusammenfassen lassen? Beispielsweise, ich will hier das zu einem Ergebnis oder zu einer Summenzeile machen. Dann kann ich hier einfach diese Zelle hier auswählen, wo ich die Summe drinstehen haben möchte. Und klicke einfach das Summenzeichen an. So einfach ist es. Das ist einmal hier. Zack. Und dann fragt er hier, okay, hat er hier oben einen kleinen Formeleditor geöffnet. Und fragt, okay, ja, ich will jetzt diese zusammenzählen hier. Ich werde jetzt nicht auf diesen Formeleditor eingehen. Der Summodus macht das aber hier schon automatisch. Das heißt, am Ende müsst ihr einfach nur einmal kurz die Eingabetaste drücken. Und ja, dann seht ihr hier, zählt er das schon automatisch zusammen. Die Währung stimmt hier noch nicht, weil wir hier noch keinen Währungsmodus aktiviert haben. Das heißt, ich wähle hier einfach mal die gesamte Spalte aus. Und klicke hier einfach mal auf Währungsmodus. Und dann sind jetzt alle Zellen da drin in der Währung. Man kann natürlich auch nochmal, ich sag mal, weitere Formeln einfügen oder kompliziertere Formeln. Das machen wir dann mit diesem Symbol. Gibt es soweit Fragen? Hört sich nicht so an? Soweit nicht, nein. Wunderbar. Das freut mich. Dann machen wir doch einfach mal direkt weiter. So, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit leider. Und ich hätte euch noch so, so viel gezeigt. Was mache ich denn noch schnell? Ich zeige euch ganz kurz, wie man kommentieren kann. Also wenn man gemeinsam ein Dokument bearbeitet und vielleicht das zum Probelesen gibt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so einen Kommentierungsmodus hat. Das kann man ganz einfach machen. Beispielsweise, ich will was zu diesem Satz hier schreiben. Dann markiere ich das Ganze einfach. Wähle Einfügen aus und wähle Kommentar aus. Anstatt dessen kann man die Tastenkombinationensteuerung Alt C drücken. Zack. Und dann nimmt er tatsächlich auch die Daten von diesen Extras und Optionen, was ich da vorhin mal kurz gezeigt habe. Und sagt das direkt, okay, Jean-Frédéric Vogelbacher ist hier da und hat das an dem und dem Datum zu dem Zeitpunkt gemacht. Und dann kann ich hier irgendwas reinschreiben. Kann ich aber auch lassen. Ansonsten, wenn man einfach mal drüber lesen will und das quasi korrigiert, kann man einmal, da muss ich schnell in meinen schlauen Zettel spicken, einmal auf Bearbeiten gehen. Dann einmal auf Änderungen. Und dann hier einmal auf Aufzeichnen klicken. Umschaltsteuerung C. Jetzt in meinem Änderungsmodus drin. Wenn ich jetzt hier irgendwas ändere, beispielsweise, hey, da hast du das B da drin gehabt. Das macht gar keinen Sinn. Dann drücke ich ganz einfach die Rücktaste, also wie ich das ausbessern würde. Und er markiert das automatisch als Änderung und sagt so quasi, hey, hier fehlt das B. Oder wie gesagt, das B muss weg hier. Wenn hier irgendwas noch hinzugefügt werden sollte, beispielsweise nochmal das Wort Autumn. Ähm, dann kann ich das hier eintragen. Genau, kann natürlich hier, also ich kann quasi genauso weiterarbeiten wie zuvor, aber nur, dass er halt die Änderungen quasi aufzeichnet. Genau, das lasse ich jetzt mal hier einmal. Mache ich mal wieder zurück. Und wähle hier Bearbeiten, Änderungen, Aufzeichnungen wieder ab. Und dann wisst ihr, wie man jetzt sowas kommentieren und aufzeichnen kann. Dann kann man auch Fußnoten aktivieren. Das ist eigentlich auch sehr einfach. Dazu klicke ich jetzt beispielsweise hier einfach mal hin und sage, okay, gut, ich will jetzt die Fußnote zu diesem Text hier haben. Wähle ich einmal Einfügen aus und wähle einmal Kopf und Fußzeile. Hier ist es nicht. Muss ich gerade mal selber kurz schauen. Fußnote, genau, Fußendnote, Fußnote. Und dann kann ich jetzt hier irgendwas speziell zur Seite einfügen. Oder ich kann hier einmal Einfügen und sagen einmal Endnote. Und dann müsst ihr dir das Ganze am Ende zeigen, wenn ich mich recht entsinne. Genau, dann zeigt er das hier. Macht er eine neue Seite und ist quasi so ein bisschen wie das Literaturverzeichnis am Ende. Roger 25.000 fragt. Ja, ich höre. Der fragt, gibt es einen Diktiermodus? Ich glaube, bei LibreOffice selber nicht. Es gibt aber Software auf Linux, auf jeden Fall, womit das funktioniert. Soweit ich weiß, unterstützt das LibreOffice nicht out of the box. Aber da müsste es sicher irgendwas geben, bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich jetzt aber nicht aus dem Stehgreif sagen. Generell höre ich gerade aus der Regie, dass der nächste Vortragende noch nicht da ist. Das heißt, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal so lange weiter, bis der Vortragende da ist. Der nächste. Genau, ich hoffe, ich kriege das dann irgendwie mit, wenn der dann da ist. Gut, also wir haben jetzt einmal die Fuß- und Endnoten nochmal gemacht. Also hier, ich habe jetzt mal eine Fußnote eingefügt. Hier eine Endnote, die ist hier zu finden. Ja, sieht man tatsächlich sehr, sehr nicht so gut, ja, weil das gerade hier noch in dem römischen Format ist. Das kann man auch einstellen, wenn man will. Aber beispielsweise kann ich jetzt hier irgendeinen Verweis eingeben oder ich entferne das ganz einfach hier in dem Text. Und dann ist diese Endnote auch wieder weg. Genau. Das wäre es so dazu gewesen. Speichern brauche ich gerade nicht. So, Fußnoten haben wir soweit. Einfache Funktionen. Weiß ich gar nicht, was ich damit meinte. Aber wo wir jetzt nochmal drüber sind, was bei wissenschaftlichen Arbeiten gar nicht so schlecht ist, vor allen Dingen im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich, sind Formeln. Das ist tatsächlich relativ einfach. Ich würde mal sagen, wir fügen jetzt einfach mal die binomische Formel ein. Dazu wähle ich einmal Einfügen aus, wähle Objekt aus und wähle Formel aus. Nebenbei, man kann beispielsweise mittlerweile einen QR-Code auch einfügen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Aber nur in der neuen LibreOffice-Version. Dazu müsst ihr die neueste Version installiert haben. Ich wähle Formel aus. Und ja, jetzt müssen wir quasi ein bisschen skripten. Ich hoffe, ihr kennt alle die Mitternachtsformel. Wir brauchen am Anfang einen Bruchstrich. Entweder kann ich hier alles in einem Code schreiben, wenn ich gut bin und das schon ein bisschen verwende. Oder ich kann hier einmal links in der Liste auch in verschiedenen, ihr seht, das ist ganz schön viel, in verschiedenen Kategorien Zeichen einfügen. Und ich wähle in meinem Fall jetzt einfach mal den Bruchstrich aus. Und jetzt haben wir hier direkt, okay, wir sehen einen Bruchstrich. Und ich habe jetzt hier einmal Over. Das ist quasi dieses Signalwort für Bruchstrich. Und wir haben jetzt hier einmal diese geschweiften Klammern. Das ist quasi so ein bisschen mathematisch angehaucht. Alles, was in dieser geschweiften Klammer ist, steht oben. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Minus B am Anfang. Ich gebe einfach mal Minus B ein. Und jetzt brauchen wir eine Wurzel. Beziehungsweise erst einmal das Plus Minus Zeichen. Dazu klicke ich einfach mal hier drauf. Und wir haben dieses Plus Minus Zeichen. Und jetzt brauchen wir eine Wurzel. Dazu gehe ich einfach mal auf... Jetzt muss ich das mal schnell suchen. Relation ist es nicht. Mengen Operation ist es nicht. Funktionen ist es. Hier haben wir die Wurzel. Wähle ich einfach mal aus. Zack. Und wir haben eine Square Root. Also SQRT steht für Square Root. Also die Wurzel. Beziehungsweise die Wurzel mit dem Index von 2. Und jetzt wissen wir ja alle, brauchen wir ein B Quadrat. Das heißt, ich wähle hier ein B aus. Und dann brauchen wir dieses Hoch 2. Das heißt, man kann das hier entweder eingeben. Zack. Das macht er bei mir aber... Also klar, man könnte es jetzt hier einfügen. Ich finde es aber ein bisschen zu krass. Ich sage jetzt hier ganz einfach ein Hochzeichen. Also dieses Zeichen, was ihr hier jetzt gerade seht. Ich hoffe, es ist groß genug. Und das ist quasi dieses Hochstellungszeichen. Und dann einmal eine 2. Und dann sehen wir, okay, gut. Haben wir jetzt hier unsere 2 eingefügt. Und dann brauchen wir einmal ein Minus 4 mal A mal C. Wenn ich diesen Stern eingebe, den wir eigentlich bei mal schreiben, dann sehen wir hier einen anderen Stern. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen den Malpunkt. Das nennt sich einfach C Dot. Kann man auch irgendwo nachschlagen. Aber man kann anstatt auch C Dot schreiben. 4 mal A C Dot C. So. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier in dieses Hoch 2 mehr hätte reinschreiben wollen, kann ich ganz einfach eine geschweifte Klammer drum machen und kann dann beispielsweise hier noch ein Plus B minus 3 einfügen. Dann ist es immer noch hier hochgestellt. Genau. Also mit geschweiften Klammern kann man quasi den Block, den man gerade hat, quasi noch mal größer machen. Aber die Klammern, diese geschweiften Klammern sind selber nicht sichtbar. So. Dann haben wir einmal den oberen Teil. Der untere Teil ist relativ einfach. Der ist einfach nur 2 A. Das heißt, ich sage mal 2 C Dot A. Kurze Frage an die Regie. Ist Stefan mittlerweile da? Ich weiß jetzt nicht, Patrick schreibt im Moment, aber ich informiere dich. Okay, gut. Vielleicht mal ganz kurz dahin, vielleicht mal ein paar Mail anschreiben. Ich glaube, ich habe auch seine Telefonnummer. Muss ich gleich mal schauen. Ja, das wäre es soweit dazu gewesen. Und genau. Dann haben wir jetzt hier unsere Formel fertig. Ich klicke hier einfach mal irgendwo ins Weiße. Dann haben wir unsere Formel fertig. Und die kann man jetzt ungefähr so behandeln wie ein Bild. Also auch mit dem Textumlauf und so weiter. Zack. Textumlauf kann man tatsächlich nicht einstellen. Das, man kann aber die Ausrichtung einstellen. Ich möchte das jetzt zentriert haben. Und das einmal linksbündig eigentlich. Nee, Umlauf kann man hier jetzt einstellen. Warum das hier gerade nicht geht, ist tatsächlich eine gute Frage. Er macht das irgendwie nicht. Ich glaube, da ist LibreOffice einfach selber gerade inkonsistent. Hier zeigt das an, dass es nicht geht. Da zeigt das an. Ist ein bisschen komisch. Ich kann das aber auf jeden Fall in die Mitte schieben, wenn ich mich recht entsinne. Das mag er gerade nicht. Doch, hier einmal. Zack. Darf ich das mal hier? Einfach mal in die Mitte? Ja, einfach mal in die Mitte. Gut. Achso, er hat das nämlich als Anker, als Zeichen gemacht. Dann kann man natürlich jetzt nicht diese ganzen Sachen hier machen mit dem Textumlauf. Dann müssen wir hier einmal am Absatz auswählen. Und dann müsste er genau hier wieder diesen Umlauf aktivieren. Und ich möchte jetzt in meinem Fall gar keinen Umlauf haben. Also wirklich komplett Platz. Kann jetzt mal diese Zeile hier nochmal entfernen. Und genau. Dann passt das soweit. Und dann kann ich hier auch die Ausrichtung einstellen. Ich möchte das mittig einmal haben. Gut. Das ist jetzt natürlich auf dem Absatz. Weil wir sind gerade noch in diesem Absatz drin. Ich habe den eigenen Absatz eigentlich gelöscht. Natürlich sehr blöd. Und ich wähle hier einfach mal ganz nach oben aus. Und dann sollte das vielleicht so passen, wie ihr euch das vorstellt. Jetzt haben wir eine Formel auch eingefügt. Und das Ding ist tatsächlich sehr, sehr mächtig. Aber leider auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Oder nicht ganz einfach so zu nutzen, wie beispielsweise bei der kommerziellen Alternative. Das ist ja lieb. Wisst ihr was? Dann springen wir doch mal kurz zu Patrick und Michael, oder? Oder zu den Moderatoren. Moderatoren erst mal. Und dann gehen wir mal kurz zu den Moderatoren. Und währenddessen schauen wir mal, wie es mit dem nächsten Vortrag aussieht. Bevor ich aber erst mal ende. Vielleicht kann es sein, dass der Vortragende gleich erscheint. Und ich werde nicht weitermachen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Oder wir sehen uns einfach gleich nochmal. Und ich werde einfach weiter etwas über LibreOffice erzählen. Vielen Dank erst mal für eure Aufmerksamkeit.